Hallo, Google hat inzwischen in Bezug auf Schadware richtig den Kanal voll. Schadware, Toolbars und anderer Müll verstellen Einstellungen im Webbrowser und das kann Google am Ende nicht gebrauchen. Denn viele Nutzer schieben die Schuld an dem Ganzen Chrome zu, beziehungsweise Google, und das stört dann doch. Deswegen geht Google also den nächsten Schritt. Das Reset der einzelnen Einstellungen haben wir bereits besprochen, ist in Google Chrome drin. Hier jetzt im Grunde eine recht ähnliche Funktion, aber in einem Standalone-Programm. Finden Sie unter google.com.chrome.srt für Software Removal Tool. Link natürlich auch in der Beschreibung. Gibt es derzeit nur für Windows, allerdings gibt es ja auch derzeit nur unter Windows die größten Probleme. Ist ganz einfach, die Anwendung runterladen, das Ganze hier bestätigen. Wenn fertig, einfach starten. Werde ich das hier mal im Hintergrund beenden. Ausführen. Hier wurde jetzt nichts Verdächtiges gefunden. Hier wurde also nichts geändert. Von der Vorgehensweise arbeitet Google SRT streng genommen nur eine Art Blacklist ab. Das heißt, das Programm kann nicht wirklich feststellen, ist da ein schädliches Programm unterwegs, sondern hat eine Liste dabei mit schädlichen Programmen, wird eines erkannt, wird das dann entsprechend entfernt und die Einstellungen zurückgesetzt. Ferner werden die entsprechenden Änderungen nur für den Google Chrome gültig. Also wenn Sie eine Toolbar haben, die gleichzeitig den Chrome und den Firefox infiziert hat, dann wird das Ganze nur für den Google Chrome gefixt. Da ist sich Google also selbst der Nächste und kümmert sich da in erster Linie um sich selbst. Somit also ein weiterer Mosaikstein in der Google-Strategie gegen Schadware. Und vor allem für unerfahrene Nutzer eine ganz einfache Möglichkeit, das Ganze wieder zu fixen. Okay. Okay.